Also, willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich, dass Sie heute Abend gekommen sind zu unserer Veranstaltung Ägyptens Menschenrechtskrise – Europas Verantwortung. Mein Name ist Bauke Baumann und ich bin Nahostreferent hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Vor jetzt wenigen Stunden hat Bundeskanzlerin Merkel den ägyptischen Präsidenten Al-Sisi im Kanzleramt empfangen. Er ist hier für diesen G20-Afrika-Gipfel, der heute und morgen in Berlin stattfindet. Und ich weiß zwar nicht, worüber Sie gesprochen haben, aber ich hoffe doch sehr, dass auch Menschenrechte dort ein Thema war. Wir werden heute Abend auf jeden Fall über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Ägypten sprechen und darüber diskutieren, was es für Deutschland und Europa für Handlungsoptionen gibt, um die Situation vor Ort zu verbessern. Als Heinrich-Böll-Stiftung arbeiten wir seit letztem Jahr nicht mehr in Ägypten. Wir haben unsere Projektarbeit vor Ort eingestellt bzw. einstellen müssen. Grund hierfür waren die Repressionen gegen unsere Partner, die eine sinnvolle Zivilgesellschaft vor Ort, Arbeit vor Ort nicht mehr richtig möglich gemacht haben. Und auch in Deutschland ist die Arbeit zu Ägypten immer schwieriger für uns. Schwieriger insofern, dass es kaum noch möglich ist, kritische ägyptische Aktivistinnen für öffentliche Veranstaltungen zu gewinnen, weil diese Angst haben für sich, für ihre Familien, Repressionen zu erleiden, nicht mehr nach Ägypten reisen zu können. Und das ist wirklich eine besorgniserregende Entwicklung. Umso froher bin ich, dass wir heute trotzdem ein ganz tolles Panel zusammenbekommen haben. Und ich wünsche uns allen eine erkenntnisreichen, hoffentlich spannende Diskussion. Ich übergebe an die Moderatorin des heutigen Abends, Fiona Ehlers, Auslandsredakteurin beim Spiegel. Ich bedanke mich ebenfalls und freue mich sehr und wollte gerne noch mal so ein paar Sätze zur Einstimmung zur Gemeinsamen machen. Ich beginne mit einem Zitat. Zusammen bauen wir einen zivilen, und ihr müsst raten, wer das gesagt hat, einen zivilen, modernen und fortschrittlichen Staat auf, der die Werte der Demokratie und der Freiheit aufrecht erhält. Das war der Mann, der jetzt auch gerade in Berlin ist, Staatspräsident El-Sisi, Al oder El. Das sagte er vor 1,5, vor anderthalb Jahren vor seinem Volk im Fernsehen zum Jahrestag der Revolution 2011. Und wir müssen ihn nicht mehr messen daran an seinem Versprechen. Wir wissen, dass er das nicht eingelöst hat. Wir wollen hier diskutieren, was aus Ägypten geworden ist, seit Sisi an die Macht gepusht wurde. Ob es ein populärer Putsch oder die zweite Revolution war, wie seine Regierung selbst das ausdrückt, können wir auch diskutieren. Vor allem aber, was es ist und was es war, dass Ägypten in die schwerste Menschenrechtskrise gestürzt hat seit Jahren. Anlass ist der Besuch von Sisi jetzt bei Merkel oder vor allem bei der Afrika-Konferenz. Mit Kritik ist diesmal nicht zu rechnen, würde ich vermuten. Die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Ägypten haben sich extrem normalisiert. Gerade ist das umstrittene NGO-Gesetz unterzeichnet worden, dass Institutionen in Zukunft es noch schwerer machen wird. Auch Böll wurde gerade gesagt, arbeitet lange nicht mehr in Ägypten, sondern nur noch zu Ägypten. Kritik können wir aber hier hören. Das hoffe ich doch sehr und das erwarte ich auch. So eine Gegenöffentlichkeit gelingt vielleicht hier mit zwei Ägyptern im Exil auf meiner Rechten und zwei Experten aus Deutschland. Der Anlass ist eben eine Art Schlaglicht auf die Lage der Menschenrechte zu legen. Wir haben eine untypische Besetzung für die Böll-Stiftung. Keine Stimmen direkt jetzt aus dem Land. Das ist unmöglich. Wir haben es eben gehört. Und vor allem auch keine einzige Frau. Ich bin ja nur die Moderatorin und habe eigentlich noch gar nicht so viel Ahnung von Ägypten und freue mich sehr, darüber heute viel zu erfahren. Wir hatten eine Frau im Panel, aber auch die hat uns in letzter Minute abgesagt, weil es eben immer dieses Argument kommt mit Angst vor den Familien, dass die in Gefahr kommen. Das werden wir bestimmt auch gleich nochmal besprechen. Ganz kurz nochmal drei Sätze zur aktuellen politischen Realität. Für alle, die keine oder nicht so tief drin stecken als Diskussionsgrundlage sozusagen. Ein Land im Ausnahmezustand regiert von einem ehemaligen Militärchef und Verteidigungsminister, der mit Ausnahmegesetzen regiert. Sozusagen sogenannte Sicherheitsgesetzen, die Versammlungs-, Meinungs- und Pressefreiheit einschränken, stets im Namen des Kampfes gegen den Terror. Die Opposition wie die Muslimbruderschaft ist verboten. Politisch Andersdenkende sind im Gefängnis. Über Zahlen können wir nachher nochmal reden. Die Macht der Straße des arabischen Frühlings scheint versiegt. Wenn Wahlen sind, zuletzt vor zwei Jahren, gehen angeblich nur zwei Prozent hin. Offiziell waren es 27 Prozent. Die nächste Wahl ist übrigens 2018. Das Volk scheint wie gelähmt, verschüchtert. Ich hörte seltsam paranoid, vielleicht auch gleichgültig. Darüber würde ich gerne diskutieren wollen. Und Symbole für Sissis Regierungsstil ist nicht nur der Handshake mit Merkel. Das ist ja völlig in Ordnung. Wichtiger als die Menschenrechte sind ihm aber zum Beispiel Trumps Säbeltanz neulich auf dem Saudi-Arabien-Gipfel und zum Beispiel die neue Hauptstadt, die Wüstenstadt im Dubai-Stil. Auch das ist ein altbekannter Diktatoren-Trick. Darüber können wir auch diskutieren. Ich freue mich auf den Menschenrechtsaktivisten Mohammed Sultan. 29, stimmt das? 29? Nein? Yes. Okay. Er wuchs auf in Ohio, wurde festgenommen anstelle seines Vaters. Ein bekannter Moslem-Bruder saß 21 Monate in ägyptischen Gefängnissen, ging in den Hungerstreik und so absurd das klingt, der rettete ihn eventuell aus der Haft, die länger dauern sollte und ebenfalls auch seinen US-Pass. Die Details werden wir gleich hören. Ich dachte, er schafft es nicht mehr, weil er krank war. Er hat es doch geschafft und sitzt direkt hier. Ahmed Said, 33. Er lebt als Arzt in Frankfurt am Main. Er hat keinen berühmten Vater, aber eine Schwester, die sitzt in der ersten Reihe. Sie ist extra gekommen aus Washington, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist deine Frau, wollte ich gerade sagen. Ihre Frau. Okay. Ach so rum. Okay. Ihr wart in Kairo auf Hochzeitsvorbereitung mit der deutschen Verlobten, richtig? Und festgenommen wegen Teilnahme an nicht genehmigter Demo. 18 Monate waren sie im Knast. Beispiel für Willkür des ägyptischen Justizsystems. Auch da werden wir gleich ein bisschen was hören. Zu meiner Linken, ganz links, Wolfgang Büttner arbeitet für Human Rights Watch in Berlin. Unter anderem hat die einen Report über die Menschenrechtssituation in den Gefängnissen vorgelegt. Darüber möchten wir sprechen und auch über den Austausch mit der Bundesregierung. Zuletzt ganz links, Stefan Roll vom renommierten Think Tank der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mit ihm würde ich gerne über die deutsch-ägyptischen Beziehungen sprechen. Warum war die Unterzeichnung des Sicherheitsabkommens falsch und wie wirkt sich das auf die zukünftige NGO-Arbeit aus? Das ist der Plan. Und beginnen würde ich gerne mit Mohammed Soltan, weil er, ich bin Journalist und deswegen darf ich das sagen, eine sehr bewegte Geschichte hier uns erzählen will und extra ganz weit herkam. Sie leben seit ihrer Kindheit in Ohio und jetzt auch wieder und weil ihr Vater nicht da war, sind Sie an seiner Stadt festgenommen worden. Habe ich das richtig verstanden? Wann war das und wie genau kam es dazu? Nach der Auflösung der Protestbewegung in 2013 gegen den Militärkoup gab es gewalttätige Auseinandersetzungen. Über 16.000 Menschen wurden festgesetzt. Ich wusste nicht, wohin ich in Kairo hin soll. Ich wollte in einen Vorort, wo mein Vater herkommt. Die Sicherheitskräfte kamen dahin, suchten meinen Vater. Ich wurde festgenommen. Ich bekam ein Urteil für lebenslange Haft aufgrund von Anschuldigungen und Anklagen wegen meiner journalistischen Tätigkeit. Es wurde gesagt, ich habe falsche Informationen verbreitet und den Staat damit diskreditiert. Bevor ich die Geschichte erzähle, möchte ich sagen, dass die Leute was hören wollen über die körperlichen Folterungen in den Gefängnissen und ich will ihnen dann einen kleinen Einblick bieten. Ich rede aber nicht so gerne über Folter, weil die körperliche Folter, die körperlichen Schmerzen, irgendwann vergisst man die. Es tut weh, aber irgendwann ist der Schmerz vorbei. Die psychologische Schmerzsituation verschwindet nicht. Der Schmerz bleibt. Gerade erst letzte Woche bin ich in Washington auf der Couch meiner Schwester eingeschlafen und ich hatte einen Albtraum. So wie meine Freunde, die ich im Gefängnis kennengelernt habe, habe ich geträumt, dass ich zum Tode verurteilt bin und ich hatte das Gefühl, ich werde erhängt. Dieser Albtraum ging so weit, dass ich schon den Strick um meinen Hals fühlte. Und zu dem Moment, als das Seil zusammengezogen wurde, war offensichtlich meine Schwester dabei, mir den Schlips abzunehmen. Ich bin wach geworden und ich habe meine Schwester weggestoßen, weil ich eben dieses Gefühl hatte, das ist das Seil um meinen Hals. Also diese Erinnerungen bleiben. Ich werde heute noch nachts wach und höre das Klappern von Schlüsseln im Gefängnis. Man hat immer Angst, jetzt kommt der Wächter rein in die Zelle und er wird dich durchsuchen, er wird dich schlagen und alle Gefangenen werden das bestätigen. Jeder, der einmal gesessen hat in den Kerkern von Ägypten, wird ihnen sagen, dass man Angst hat einzuschlafen. Mir geht es so. Können Sie sich das vorstellen, man hat Angst einzuschlafen. Im Gefängnis, es ist dunkel, es ist ein fürchterlicher Ort. Man schläft ein und man träumt, man lebt, man reist, man ist mit seinen Freunden zusammen und man wird dann wach am Morgen. Da gibt es so diese Zeit, wo man halb noch am Schlafen ist, halb schon wach ist und dann fragt man sich, ist das jetzt meine Realität? Und plötzlich wird es einem klar, dieser Traum ist nicht wahr. Ich bin an einem Ort, der hat keine Fenster. Vier mal fünf Meter und 21 Leute in der Zelle. Das ist meine Realität. Man hat so ganz, ganz wenig Platz für sich. Man muss wirklich sich auf die Seite legen, um überhaupt schlafen zu können. Das wird einem klar als Realität. Jeden Morgen, wenn man wach wird. Und Dr. Ahmed wird es Ihnen sagen, manchmal hat man Angst zu schlafen, weil man eigentlich Angst hat. Wenn man wach wird, ist es wieder so. Man ist wieder im Kerker. Man kann also auch in Freiheit nicht einschlafen. Das geht eben nicht nur um die Folter, um die Prügel, die man bekommt, die Zigarettenstummel, die auf dem Rücken ausgedrückt werden. Ich kann die Narben heute noch an meinem Rücken sehen. Ich musste aufgrund einer Operation hatte ich Metallstifte im Arm, die mir rausgenommen werden mussten. Die letzten sechs Monate meiner Haft, da gab es eine Welle von Hungerstreiks. Die ägyptischen Behörden haben gesagt, sie müssen hier mich komplett isolieren. Sie haben mich in einen komplett separaten Raum gesteckt und sie haben mich systematisch, psychologisch gefoltert. Und das sind genau die Dinge, die ich heute noch verspüre. Diese letzten sechs Monate, die haben versucht, mich zum Selbstmord zu bringen. Sie haben ständig mir gesagt, hör doch auf mit all dem, mach es doch leichter für dich selber und für uns. Und sie können sich vorstellen, sie können an einem solchen Ort nichts hören. Das Ganze ist hermetisch isoliert. Man hat ebenfalls eine Lichtbelastung, wo man ständig irgendwelche Lichter aufblitzen sieht, wo man also wirklich so psychisch belastet ist, dass man ins Koma fallen kann. Und die Wächter haben mir manchmal Rasierklingen unter die Tür geschoben, haben gesagt, weißt du, du musst es vertikal schneiden. Du musst dir deine Venen vertikal, nicht horizontal aufschneiden. Und sie haben mir dann einen Zellengenossen gegeben, jemand, der fast tot war. Und die haben gesagt, ja, kümmere dich um ihn. Und sie ließen zu, dass der in meiner Zelle verstarb. Und dann haben sie mir die Schuld gegeben. Warum hast du zugelassen, dass er sterbt? Und du weißt eigentlich, dass die mit dir spielen. Du weißt ganz genau, das ist Psychofolter. Das ist eine Taktik. Sie versuchen, Druck auszuüben. Man weiß es, aber man sieht auch jemanden sterben, neben sich. In diesen zweieinhalb Metern, Quadratmetern, die man hat. Und man sieht, da stirbt jemand und du kannst nichts tun. Die Wächter wollen, dass er stirbt. Sie lassen es zu. Ich mache es trotzdem kurz. Sie haben über Gefahren für Körper und Seele gesprochen, aber als ebenso gefährlich für die Gesellschaft, sagen Sie in der Retrospektive, dass die Radikalisierung in den Gefängnissen, dass das, egal wer, die Islamisten, die Liberalen, die Politischen, die Wächter und die Verhörer, dass die eins vereint hat. Und das war der Hass auf den Westen und auf Amerika. Deswegen wollte ich kurz fragen, was war das Absurdeste, was Sie sich da anhören mussten? Am 16. März 2015 hat mein Vater, der stellvertretender Minister war, und ein Freund und elf oder zwölf war, und auch andere Leute Todesurteile erhalten. Da ist natürlich so diese menschliche Situation. Kein Kind sollte mit der Tatsache konfrontiert werden, dass der Vater unschuldig zum Tode verurteilt wird. Man sollte nicht erleben müssen, wie Freunde zum Tode verurteilt werden und man hört ihre Schreie im Gefängnis. Das war wirklich absurd. Und auf dem Transport, auf dem ich war, vom Gericht gab es jemand mit schwarzen Turban, langen Haar, vom islamischen Staat. Ihn hat man gehen lassen, auf Kaution freigelassen und genau in dem Auto saß, wo mein Vater, meine Freunde saßen. Und von ihnen wusste ich, dass sie wegen angeblicher politischer, oppositioneller Aktivitäten zum Tode verurteilt wurden. Ich war noch nie so durcheinander in meinem Leben als in dem Moment. Dieser Mann sagte dem Richter, also du bist der DAS-Treu, hat er gesagt, nein, dem islamischen Staat. Und er wurde freigelassen. Und wir haben heute noch zu tun mit den Folgen eines Todesurteils. Wenn man dieses Urteil hört, ist man für immer verletzt. Erst vor ein paar Tagen ist es so, dass sechs Teenager zu Tode verurteilt wurden von einem Militärgericht. Ihre Familien mussten das mit anhören. Ihre Familien haben immer darum gebeten, etwas tun zu können dagegen, dass die Kinder verurteilt werden. Das ist einfach nicht okay, so vorzugehen. Man kann natürlich ganz leicht irgendwo zu sagen, da gibt es 40, 50, 60 tausend politische Gefangene. Das ist leicht zu sagen, wenn man weit weg ist. Man kann leicht sagen, so viele Todesurteile gibt es, so viele Jahre Haftstrafen gibt es. Aber das sind nicht nur Zahlen. Hinter jeder Zahl steht eine Geschichte. Jeder von den Verurteilten ist Bruder, ist Vater, ist Sohn, ist Verwandter, ist Freund von irgendjemandem. Es ist also nicht nur ein Fakt, den man da wiedergibt, sondern man hat Geschichten dahinter. Und das sind die absurdesten Momente, die ich erlebt habe im Gefängnis. Das ist eine leichte Aussage, wenn man die Nachrichten hört. Und hört, da wird was getan für das pro-demokratische Lager, es wird was gemacht für die säkulären Aktivisten. Aber diejenigen, die an Demokratie glauben, die haben auch das, was sie hören von den Supermächten, von Amerika etc. Die Welt akzeptiert die Situation und gibt diesem Mann eine internationale Plattform. Dieser Mensch, der tausende von Menschen brutal unterdrückt, bekommt eine Plattform. Er wird akzeptiert, er wird umarmt, er wird umworben. Und da hat man wirklich das Gefühl, die westliche Welt verletzt ihre Grundprinzipien, ihre Grundwerte. Das sind, das ist eine Seite. Aber es gibt auch von Al-Qaida und der islamischen Staat natürlich eine gewisse Schlussfolgerung, die sagen, ja, da gibt es die Kirchen, die bombardiert werden. Da gibt es Tonnen von Material in Sina, in Irak, in Syrien, überall passiert was für sie. Für sie wird der Gedanke immer einfacher. Sie sagen, wir müssen das tun, was wir tun, weil die Welt hat uns eh verloren und verlassen. Ich meine, Sie sind heute hier zu dieser Diskussion. Sie geben den Menschen eine Stimme damit, die unterdrückt werden. Sie geben Menschen eine Stimme, die sie sonst wahrscheinlich nie kennenlernen. Und ich habe das auch immer gesagt, als ich da im Gefängnis gesessen habe. Da hat man wirklich, ist man umgeben von pathologischen Lügeln und Folterern und man denkt, das ist alles, was das Leben ausmacht. Und man hat das Gefühl, außer dieser Welt gibt es nichts mehr da draußen. Und irgendwann stellt man dann doch fest, da gibt es jemanden, der sich für dich einsetzt. Jemand, den du noch nie gesehen hast. ...dem Gefängnis gerettet. War das der Hungerstreik? War das der US-Pass? Carrie? Obama? People. Die Menschen. Die Menschen aus aller Welt. Sie sind zusammengekommen, haben sich für mich eingesetzt. Und zwar unterschiedslos. Sie haben meine Geschichte erzählt und sie haben Druck ausgeübt, auf das stärkste Land der Welt meine Entlassung zu erwirken. Darum geht es letztendlich. Also es geht um die Menschen. Die Menschen haben die Macht. Und wir haben ja darüber gesprochen, wie schwierig es ist, in Ägypten für die Aktivisten sich zu äußern. Aber die Menschen von außerhalb, wir nun hier in diesem Raum, haben die Macht. Ich bin der Lebende, weiß dafür, dass jeder von ihnen die Macht hat, etwas zu verändern im Leben einer anderen Person. Mein Leben wurde gerettet aufgrund anderer Menschen. Und wir freuen uns wirklich und sind dankbar, dass wir diesen lebenden Beweis offen hier bei uns sitzen. Ich würde ganz kurz von Ahmed Said fragen, ob Sie da zustimmen waren, dass auch People waren, dass Berichte über Ihre Geschichte nicht in Ägypten, sondern zum Beispiel in Deutschland, die Sie vor längerer Haft bewahrt haben. Ich denke, wir hatten einfach Glück, also ich und Mohammed, dass einige Menschen uns kannten, über uns gesprochen haben. Aber es gibt viele Menschen im Gefängnis, die niemand kennt, über die niemand spricht. Immer noch 60.000, wie Mohammed gesagt hat. Und bevor ich ins Gefängnis kam, war es so, dass ich mich immer schuldig gefühlt habe, also ich lebte hier in Deutschland, in Sicherheit. Und viele Menschen mussten sich diesem Irrsinn stellen. Nachdem ich jetzt aus dem Gefängnis kam, fühle ich mich sogar noch schuldiger, noch schlechter, weil ich eben so viel Glück hatte, weil ich eben die Kontakte hatte zu den Medien, zu den Politikern. Sie haben über mich gesprochen, meine Geschichte erzählt und ich war jetzt nur ein Jahr im Gefängnis, obwohl ich zwei Jahre im Gefängnis sein sollte. Und jetzt bin ich sehr verunsichert, was meine eigenen Gefühle angeht, weil ich bin natürlich sehr froh, dass ich Mohammed heute hier sehen kann. Und ich bin einerseits sehr glücklich, aber wenn ich diese Geschichten wieder höre und immer und immer wieder höre, bin ich mir einfach nicht sicher, was meine Gefühle angeht. Ich weiß eigentlich nicht, wie ich mich derzeit fühle oder fühlen soll. Also wenn ich zu meinem Fall, zu meiner Geschichte befragt werde, zu meiner Erfahrung, dann sage ich immer, naja, es ist nicht der richtige Zeitpunkt für mich, darüber jetzt zu sprechen. Es ist nicht die richtige Zeit. Und das ist für mich auch sehr schwierig, weil ich jedes Mal über meine Geschichte spreche. Aber dann muss ich mich natürlich immer an die vielen Menschen und deren Geschichten erinnern und darüber sprechen, die ich im Gefängnis kennengelernt habe. Mohammed hat ja über diese sechs jungen Menschen gesprochen, diese Teenager, die ein Todesurteil in Ägypten erhalten haben, vor circa zwei Wochen. Und ich habe sie selber gesehen im Gefängnis. Sie waren im gleichen Gefängnis wie ich, einem der schlimmsten Gefängnisse in Ägypten. Und da diese Kinder, diese Jugendlichen wurden gekidnappt, haben zwei Monate beim Geheimdienst verbringen müssen. Also wurden dort gefoltert, waren dort gefangen, 24 Stunden am Tag. Sie haben ihre Geschichten erzählt, also wie sie gefoltert wurden. Und jeder weiß natürlich, wie dort gefoltert wird. Aber das nochmal zu hören, ist nochmal anders. Und dann wurden sie in unser Gefängnis verbracht, in das Gefängnis, in dem ich saß. Und ich habe ihre Schreie Nacht für Nacht gehört, jede Nacht. Und das war eine andere Art der Folter. Immer wieder diese Schreie der Menschen zu hören, die gefoltert werden und nichts tun zu können. Nachdem ich aus dem Gefängnis entlassen wurde, wusste ich, dass diese jungen Menschen zum Tode verurteilt wurden. Und ich weiß aber, dass sie natürlich unschuldig sind. Sie haben nichts getan. Sie wurden gekidnappt. Und also es ist wie im Fall des Staatsanwalters. Also sie wurden zum Tode verurteilt. Und ich und jeder in Ägypten weiß, dass sie unschuldig sind. Und wir können einfach nichts tun. Wir können einfach nur zuschauen, darüber sprechen, darüber diskutieren und nichts weiter tun. Entschuldigung. Wenn Sie das hören, erinnert Sie das an die Erfahrungen, die Sie gesammelt haben aus 25 Jahren Skorpion-Gefängnis? Ist es schlimmer als vor der Revolution heute? Für die Einzelnen ist es natürlich immer schlimm. Also egal, unter welchem Regime sie gefoltert werden. Aber die Zahlen an sich sprechen ja auch für sich. 60.000 sind also so enorm, dass sich die Regime sicherlich noch das Mubarak-Regime auch übertrifft. Was für uns allerdings wichtig ist als Menschenrechtsorganisation, als Human Rights Watch oder auch als andere Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty ist, dass wir eben diesen Stimmen auch Gehör verschaffen in der Außenpolitik. Dass diese Stimmen von denjenigen, die gelitten haben unter dem Regime, dass diese Stimmen auch in den Regierungen, in den Außenministerien, im Kanzleramt Gehör finden. Wie geht das konkret, wenn die Stimmen sich nicht mehr trauen, laut zu werden? Es gibt schon noch Möglichkeiten, dass man einzelne Personen auch findet, die sprechen wollen. Es funktioniert natürlich auch über die Berichte, die wir schreiben, in denen wir ganz minutiös und einzeln darstellen, was in den verschiedenen Gefängnissen passiert. Wie wir das beispielsweise auch im Skorpion-Gefängnis vor einiger Zeit gemacht haben. Und das versuchen wir dann eben in die Ministerien zu tragen und dort darauf hinzuwirken, dass diese Einzelfälle nicht in Vergessenheit gerät und dass Außenpolitik eben nicht als etwas Klinisches betrachtet wird, dass zwischen Regierungschefs durchgeführt werden, sondern dass das wirklich die Personen vor Ort betrifft und dass diese Personen vor Ort durch Außenpolitik oder auch durch Regierungstreffen geholfen werden kann und geholfen werden muss. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz im Inneren bleiben. Kann man sich das so vorstellen, dass es überhaupt noch Menschenrechtsaktivisten im Land geben? Wissen Sie da was drüber oder sind die alle? Es gibt schon noch einzelne, die in dem Land auch sind. Sie werden ja auch immer wieder dann regelmäßig mit Reiseverboten belegt. Aber es werden natürlich immer weniger. Und viele gehen ins Exil, versuchen dann von anderen Orten wie von Beirut oder auch aus Europa oder den USA sich zu äußern. Aber das werden immer weniger. Und auch die Organisationen werden immer stärker eingeschränkt. Sie haben das NGO-Gesetz angesprochen. Was sind denn da konkret die Herausforderungen im Alltag, die Aktivisten, mit denen Sie konfrontiert sind ständig? Also was jetzt auf Sie zukommen wird, auf die Nichtregierungsorganisationen, wenn dieses Gesetz tatsächlich umgesetzt wird, ist, dass alle Aktivitäten, die von NGOs, von zivilgesellschaftlichen Organisationen durchgeführt werden, überwacht werden von einem Kontrollgremium, das mit Vertretern des Geheimdienstes besetzt ist, des Innenministeriums, des Außenministeriums. Das heißt, sie können dann keinerlei Aktivitäten mehr unabhängig entscheiden, dass sie geschlossen werden, wenn sie gegen die nationale Sicherheit oder andere vageformulierte Ziele oder Prioritäten verstoßen. Das heißt, die Möglichkeiten, hier frei und unabhängig zu arbeiten, sind vollkommen eingeschränkt und existieren in Ägypten mit diesem NGO-Gesetz nicht. Und wir hoffen auch, und wir sprechen das auch immer wieder an, dass Merkel das heute oder auch das Außenministerium in dem Treffen mit Sie sich jetzt auf die Tagesordnung setzt, dass das auch angesprochen wird jetzt in diesen Treffen. Wenn wir natürlich auch gleichzeitig wissen, dass andere Prioritäten jetzt wie Investitionsförderungen bei diesen heute und morgen natürlich Priorität haben. Aber das in den Vordergrund zu stellen, mit Hilfe derjenigen Personen, die wirklich gelitten haben unter diesem Regime, das denke ich, ist unsere zentrale Aufgabe. Und das setzen wir immer wieder auf die Tagesordnung. Wie ist das, wenn man vom Exil aus arbeitet? Was ist da der größte Feind, wenn man nicht unter diesen Gesetzen zu leiden hat, weil man eben nicht mehr im Land ist? Die Frage an Sie beide. Wer ist Ihr größter Feind? Das Desinteresse vielleicht an Ägypten? Die Welt ist gerade bewegt genug. Ist das so? Ich glaube, das erste Hauptproblem ist, dass es vielleicht wirklich das Desinteresse ist, wie Sie es gesagt haben. Aber wir leben in einem demokratischen Land, aber diese Vereinbarung zwischen Deutschland und Ägypten über die Sicherheitszusammenarbeit und wir haben eine Kampagne gegen diese Vereinbarung durchgeführt. Wir haben mit verschiedenen Parteien gesprochen und Partnern gesprochen und die deutsche Regierung hatte ein sehr merkwürdiges Argument. Also, warum kooperieren Sie mit der Diktatur in Ägypten? Das war unsere Frage. Die sind aber auch nicht da, wollten nicht kommen. Ich meine, ich sage genau, weil das Argument war sehr merkwürdig, weil wir gesagt haben, dass wir mit einem Diktator zu tun, also die deutsche Regierung hat gesagt, sie haben es mit einem Diktator zu tun, aber sie wollen versuchen, es für die Ägypter besser zu machen, die Situation zu verbessern. Also, die Frage ist, wie man etwas verbessern kann, wenn man einen Diktator unterstützt. Und Sie sagen, also Sie wollen die Menschenrechtssituation in Ägypten verbessern. Lieber auf Englisch, also ich weiß nicht, ich warte einfach auf mehr Druck von der Opposition in Deutschland, von den Grünen, von der Linken, einfach mehr Druck muss ausgeübt werden. Also, ich sehe ehrlich gesagt überhaupt keinen Druck. Also, es ist einfach nicht ausreichend. Wenn es Druckpressure gibt, Kampf gegen den Terrorismus, gegen den Terror, könnte man das so, dass damit argumentiert wird von der deutschen Seite, also der Regierungsseite? Ja, also, die sozusagen unsere Ägyptenpolitik determinieren, viele Interessen, die da reinspielen. Das ist nicht ein Interesse, was da formuliert wird, also etwa, dass man nicht möchte, dass die Flüchtlingszahlen steigen, die aus oder über Ägypten kommen, sondern es gibt wirtschaftliche Interessen, es gibt eben das Interesse der Sicherheitskooperation, dass man sich erhofft, dadurch vielleicht mehr Intelligence zu bekommen über potenzielle Gefährder hier in Deutschland. Es gibt von einigen Politikern das Interesse, dass die Christenrechte in Ägypten besser geschützt werden und die Politiker hier denken dann häufig oder gerne, dass das eben vor allem mit jemandem wie Sissi gut funktionieren kann, wobei man fairerweise sagen muss, das hängt auch damit zusammen, dass eben die offiziellen Vertreter der Christen in Ägypten auch genau dieses Argument hier in Deutschland immer wieder aufbringen. Also, es gibt ganz viele Interessen, die sozusagen diese Politik, wie wir sie momentan gegenüber Ägypten fahren, erklären und ich denke, dennoch, dass nach 2011 den politischen Entscheidungsträgern, ganz sicher aber in der Administration vielen, schon klar geworden ist, dass diese Politik nicht lange tragen wird und problematisch ist. Also, man weiß im Grunde genommen schon irgendwie, dass man nicht das Richtige tut. Warum macht man es nicht besser? Woraus schließen Sie das, dass da eine Unterschiede besteht? Naja, so in Hintergrundgesprächen hört man häufig dann auch sehr, sehr viel Kritik an dem eigenen Tun und sagt, also wir sehen ja schon, die Situation wird immer schwieriger, immer schlimmer. Warum macht man es dann nicht besser? Also, meine Erklärung dafür ist tatsächlich, dass die Alternativen fehlen, beziehungsweise man denkt, dass sie fehlen. Gibt es eine Alternative zu Sisi in diesem Moment? Und wo wäre die? Also, ich weiß nicht, welcher ägyptische Aktivist oder Politiker in den letzten Tagen das gesagt hatte, aber wahrscheinlich würde momentan jeder Ägypter gegen Sisi eine Wahl gewinnen können. Also, ich denke, es würde natürlich bei freien Wahlen eine Alternative geben. Sisi ist tatsächlich nicht populär. Das muss man, denke ich, ganz klar sagen, weil er eben in der Zeit, in der er jetzt Präsident ist, nicht liefern konnte. Er war 2014 auch sicherlich nicht super populär. Aber da haben ihm wahrscheinlich schon einige auch sozusagen erst mal Vertrauen geschenkt und gesagt, okay, also wir geben ihm eine Chance. Mittlerweile, denke ich, ist das aber vorbei. Und das wird übrigens auch das zentrale Problem bei den Wahlen in einem Jahr sein. Selbst wenn diese Wahlen gefälscht werden, wird aus heutiger Perspektive sicher ganz, ganz deutlich werden, dass keiner zu den Wahlen geht. Also, das wird die zentrale Herausforderung für die ägyptische Administration, da irgendwie zumindest den Anschein einer funktionierenden Wahl irgendwie erwecken zu können. Das sehe ich momentan nicht, dass sie das schaffen werden. Aber nochmal zurück zu dem Punkt, warum machen wir keine bessere Politik? Also, wie gesagt, ich denke, es hängt sehr viel damit zusammen, dass hier Politiker denken, es gibt keine Alternative und dass häufig auch Ägypten immer in Relation zu den Nachbarländern gesehen wird und argumentiert wird, ja, das ist alles nicht toll in Ägypten und es ist alles ganz schlimm aber guck, wie es in Libyen ist, guck, wie es in Syrien ist und das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. In der Türkei, guck, was in Sinai ist. Ja, Sinai ist so ein bisschen was, was häufig von vielen hier als sozusagen nicht Teil Ägyptens gesehen wird. Also, das ist so ein bisschen als isoliertes Problem. Ich versuche, ich rechtfertige es gerade, ich versuche nur sozusagen zu erklären, wie politische Entscheidungsträger hier drüber denken. Ich würde nur gerne etwas anmerken, zwei Dinge, nämlich in Bezug auf die Flüchtlinge und den Terrorismus und wenn wir uns die Zahlen anschauen der Flüchtlinge, der Migranten, die über Ägypten kommen, sind sie inzwischen fünfmal so hoch und in den vergangenen zwei Jahren eben um das Fünffache gestiegen. Und wenn man sich den Terrorismus anschaut in Ägypten, dann muss man sich natürlich den Terrorismus vor und nach Assisi anschauen oder mit Assisi. Und Assisi hat gesagt, dass es eine Lösung für die Gewalt gibt auf der Sinai-Halb-Insel. Aber es gibt einfach mehr Terrorismus, mehr Feindlichkeiten zwischen dem Staat und den Islamisten. Und wenn wir uns diese zwei Punkte anschauen, ist es wirklich so, dass die Situation sich unter Assisi verschlechtert hat. Da möchte ich noch etwas hinzufügen. Es gibt einige Dinge, die wir uns anschauen müssen. Zunächst einmal, die Unterdrückung in Ägypten ist einmalig. In den vergangenen Wochen wurden 45 Medienorganisationen geschlossen. Es gibt quasi nur noch ein Narrativ in Ägypten und das ist die der Regierung. Alles, was dieser Erzählung, diesen Nachrichten widerspricht, wird quasi verhaftet. Also als ich verhaftet wurde, da haben die Menschen gefragt, warum werden so viele Leute verhaftet? Und heute ist es so mit diesen schwindenden Kräften und den Tötungen, den Ermordungen. Und auch der Mann, meine Tante, auf ihn wurde neunmal geschossen, nachdem er gefoltert wurde und einen Finger abgeschnitten worden war. Da wird jetzt gesagt, wenn sie jemanden verhaften, dann wollen wir einfach nur noch wissen, wo die Verhafteten sind. Also die Situation in Ägypten ist wie ein Dampfkochtopf ohne Öffnung. Also es ist keine Frage mehr, ob, sondern wann. Das ist das Erste. Und nochmal zur Radikalisierung. Also wenn man sich historisch die 50er und 60er Jahre anschaut und die gleichen Gefängnisse, das sind wirklich die gleichen, wo die islamische Dschihadbewegung entstanden ist. Das sind die gleichen, ganz genau die gleichen Gefängnisse. Und dort gab es wesentlich weniger Insassen und die Bedingungen waren dort damals viel besser. Also wenn man sich jetzt nur die vergangenen fünf oder zehn Jahre anschaut und wir sprechen ja über die Sicherheit und wirtschaftliche und politische Interessen großer Nationen, dann, also wir hören das Argument im Kongress von der Obama-Regierung und auch jetzt, unsere Sicherheitsinteressen, politische Interessen, wirtschaftliche Interessen sind relevant. Aber hier schaut man einfach nicht nach vorne genug, denn die demokratischen Werte stehen nicht im Gegensatz zu den Interessen. Und das ist aber das, was die Politiker zu denken scheinen und da muss man dagegen vorgehen. Und das ist eben auch so schwierig. Also die Radikalisierten in diesen Gefängnissen sind natürlich gut unterscheidbar. Aber diese Halbradikalisierten, diejenigen, die sich immer noch von der gesamten Welt verlassen fühlen und dann entlassen werden und im Hinterkopf immer noch Dinge nachdenken, die nicht gelöst werden und dann aber wieder in die normale Gesellschaft entlassen werden. Das ist wirklich sehr wichtig, dass man sich diese Leute ansieht und die Situation hier ansieht und an die Zukunft Ägyptens und des Nahen Ostens denkt. Also nach 2011 gibt es einfach keine Rückkehr mehr. Als ich eine Anhörung im Kongress hatte im Jahr 2015, da ist mein Vater aus dem Gefängnis verschwunden, seine Zähne waren ausgeschlagen. Und Achmed ist heute hier und spricht trotz der ganzen Bedrohungen und der Gefahren. Und es gibt natürlich viele hundert Menschen, und es geht ja hier nicht um die Zahlen, also die immer noch an den Traum von 2011 glauben, an ein freies Gipten daran glauben, dass die Menschen ihre eigene Stimme frei äußern können. Und das ist die Macht. Also gehen wir raus und gehen gegen die Nachrichten, gegen die Ansichten der Regierung vor. Also dieses Konzept der Radikalisierung, ich nenne das das sicherheitsbasierte Argument, und ich habe mit Minister Kerry gesprochen über das Thema, und er hat immer wieder die gleichen Argumente vorgebracht. Also das ist so, dass wir unser Argument weiter vorbringen müssen. Und um die Stimmung etwas zu heben, als wir in der EU zum Thema Flüchtlinge gesprachen, und da gab es diese Angst vor den Flüchtlingen, und ich weiß, dass das hier auch in Deutschland ein wichtiges Thema war, und die Ägypter verstehen das natürlich. Also mir wurde von einem Kabinettsmitglied, mit dem ich sprach, gesagt, dass wenn die Ägypter einen UN-Sicherheitsratssitz bekommen, und da waren Botschafter und Minister, und der deutsche Minister sprach in diesem privaten Treffen öffentlich über Menschenrechte, und der ägyptische Außenminister hat ihn unterbrochen und gesagt, wenn Sie glauben, dass Sie ein Flüchtlingsproblem haben, dann müssen wir einfach nur 10 Millionen zu Ihnen schicken, und das ist ein Neuntel unserer Bevölkerung. Und das nennt man dann Bulli-Diplomacy, also dass man einfach die Ängste des Gegenübers ausnutzt. Und meine Schwester bringt immer das Beispiel vor, sie ist eine klinische Therapeutin, und sie sagt immer, dass dieses Argument, also es ist so wie ein Teenager sozusagen, also er kann nicht ohne den Westen leben, also da erhält er seine Legitimität, die Gelder, die Finanzen, aber trotzdem beschwert er sich die ganze Zeit, ich will das nicht machen, ich will dies nicht, ich will jenes nicht, aber letztendlich kann man ihm nicht alles geben, es ist wie bei einem Teenager, es muss eine gewisse Disziplin geben. Und das ist etwas, was wir wirklich auch den Politikern nahe bringen müssen. Und so können wir den Prozess der Radikalisierung auch der Menschen im Gefängnis verlangsamen, wenn sie wissen, dass es da draußen immer noch Menschen gibt, die sich für sie einsetzen, dass sie nicht vergessen werden, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Dass erst aus dem Inneren der ägyptischen Gesellschaft auch Signale kommen müssten. Was hört ihr von der ägyptischen Bevölkerung? Wie sehen die, die waren jetzt, die Mehrzahl von denen waren nicht im Gefängnis, wie sehen die diese Spaltung auch der Gesellschaft in säkulär und islamisch? Wie gibt es da einen Moment der, eine Hoffnung auf Versöhnung oder gibt es da vielleicht auch Resignation und Menschen, die sich verstecken? Und was ist mit diesem Spirit der Straße, der ja anscheinend begraben ist? Gibt es den noch? Kann der wiederkommen? Im Land? Das ist eine sehr schwere Frage. Ja, die Leute auf der Straße sind voller Wut, Verzweiflung. Und ich denke, sie werden sich wieder bewegen, vielleicht in ein paar Jahren. Also bevor ich nach Deutschland kam und in Ägypten gewesen bin, hatte ich das Gefühl, dass die Leute wirklich aufgrund der wirtschaftlichen Lage enttäuscht sind, wütend sind. Ich bin in Ägypten gewesen vor 2014 und da haben die Leute eher gesagt, ja, wir haben ja keine andere Wahl, wir haben nur Assisi. Er ist zumindest besser als die Muslimbruderschaft und wir hoffen, dass er die Dinge verbessern wird. Heute sagen sie, der hat es nicht geschafft, der macht nichts. Er ist keine Hoffnung, kein Hoffnungsträger mehr für uns. Ja, aber ich würde hier noch was ergänzen wollen zum Thema Radikalisierung der Menschen. Wie die Polizei mit den Menschen im Gefängnis umgeht, das ist die eine Sache. Aber wie sie mit uns, mit säkulären Aktivisten und Islamisten vom IS umgehen, wo ist der Unterschied? Na ja, sie geben ihnen alles, was sie brauchen. Sie geben ihnen alle Rechte. Sie dringen sie an besseren Orten um, diese Gefangenen aus dem IS. Wahrscheinlich haben sie eher Angst, die Sicherheitskräfte vor den Radikalen. Ich habe junge Leute gesehen, die nie politisch gewesen sind, die nie Islamisten gewesen sind und im Gefängnis radikalisieren sie sich. Das Problem ist nämlich, dass die Gefängnisverwaltung das genau weiß. Sie wissen, da sitzt ein IS-Mann in der Zelle und da gehen die anderen Gefangenen hin, um ihm zuzuhören und von ihm unterrichtet zu werden. Denn sie wissen das und trotzdem lassen sie ihnen die volle Freiheit. Warum? Ich verstehe es auch nicht. Ich habe keine Erklärung dafür. Ich habe darüber nachgedacht und ich dachte, okay, vielleicht haben die einfach Angst vor den Leuten, dass diese IS-Leute denjenigen, die noch in der Freiheit sind, da Signale geben und da was gegen sie unternommen wird. Also, wir haben ein offenes Gefängnis und dort bekommen eben diese IS-Aktivisten alles, was sie wollen. Ich war im Skorpion-Gefängnis. Ich hatte überhaupt keine Rechte. Ich bekam nichts. Ich konnte meine Verlobte nicht sehen, meine Familie nicht sehen. Wie gesagt, für mich war es ganz schwer, überhaupt zu verstehen, was los ist, so wie Mohammed es gesagt hat. Was passiert da mit der Radikalisierung? Warum lässt man das zu? Warum ist die, vielleicht sehr naiv, warum ist die Muslimbruderschaft so verhasst? Sie waren ja die einzige Organisation, die eine Alternative zum Militärstaat geboten hat. Wie kann man das erklären? Ich bin in den USA aufgewachsen. Ich bin nach Ägypten gekommen, drei Monate vor dem Staatsstreich. Also, mein Vater war in der Mossi-Regierung. Ich hatte da wirklich viele Meinungsverschiedenheiten mit ihm auch. Aber ich war da überhaupt nicht involviert und ich kann dazu gar nichts sagen. Was ich allerdings sagen kann, ist meine eigene Erfahrung aus dem Gefängnis, was ich gesehen habe, was ich erlebt habe. Und was die Muslimbruderschaft betrifft, so kann ich sagen, da war ich im gleichen Gefängnis wie der Sohn von Mossi und anderen Aktivisten der Muslimbruderschaft. Und da ging es ja auch um die Frage, ob Assisi besser ist für die koptischen Christen. Wir hatten Kopten bei uns im Gefängnis und das war wirklich interessant. Er hatte die gleichen Anklagepunkte wie ich, dass er angeblich der Muslimbruderschaft angehört, wirklich verrückt. Ein christlicher Muslimbruder sozusagen. Also, was ich weiß, ist, dass es zwei Lager gibt. Zwei Lager in Ägypten. Assisi's Narrativ sieht immer so aus, dass er sagt, man ist entweder pro-revolutionär oder man ist Islamist. Aber so einfach ist es nicht. Es gibt Leute, die keine Stimme haben und in dem Lager gibt es koptische Christen, islamische Moderate oder eben Islamisten. Das sind alles Leute, so ein gemischtes Lager, das für die Revolution ist und genau das Antilager, das genauso gemischt ist. Naja, die deutsche Regierung oder vielleicht überhaupt die internationale Gemeinschaft. Bisher konkret unternommen, außer über wirtschaftliche Dinge jetzt sich Gedanken zu machen. Unterstützung von Ägypten. Was hat sie konkret unternommen? Ich glaube, was ich als zentrales Problem sehe, ist, dass sie tatsächlich sehr viel symbolische Anerkennung dem Sisi-Regime zuteilhaben ließ. Diese Besuche der Bundeskanzlerin gehen in die Richtung, aber eben nicht nur der Bundeskanzlerin. Auch einzelne Bundesminister sind regelmäßig runtergereist. Das war sehr, sehr wichtig für die Sisi-Administration. Neben natürlich der Entwicklungszusammenarbeit, die weiterläuft, die man nicht eingestellt hat. Man hat einen großen Kraftwerkstil auf den Weg gebracht. Also Siemens ist hier das Stichwort. Das ist auch kein Geheimnis. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Projekt gewesen für Ägypten. Also durch diese Kraftwerke, die da gebaut werden, kann bis zur Hälfte der ägyptischen Bevölkerung mit Strom versorgt werden. Das ist ein Riesenauftrag und der wäre ohne Hilfe der Bundesregierung sicherlich nicht zustande gekommen. Und wo die Bundesregierung sich durchaus auch für eingesetzt hat, war, und das, denke ich, war tatsächlich ein ganz wichtiger Moment, der leider verpasst wurde, dass Ägypten eben dieses große IWF-Hilfspaket bekommen hat im letzten Jahr. Da ging es um über 12 Milliarden US-Dollar. Das hat Ägypten sozusagen vor dem Zahlungsausfall, vor dem Bankrott gerettet. Und das war tatsächlich ein sehr interessanter Moment, weil hier die Bundesregierung durchaus auch ein zentraler Akteur gewesen ist. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind da mit 300 US-Dollar direkt an diesem Hilfspaket beteiligt. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel. Aber wir sind natürlich eine sehr wichtige Stimme in den internationalen Geberinstitutionen, die letztlich das Geld, den Hauptteil dieses Kredites stellen. Und ich denke, da hat man tatsächlich eine Chance verpasst, um eben zum Beispiel für mehr Menschenrechte, für mehr politische Teilhabe in Ägypten einzutreten und hier Druck auf die Regierung auszuüben. Das muss man ganz klar sagen. Ist das nachzuholen? Kann man das wieder gut machen? Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass das nachzuholen ist, weil auch dieses 12 Milliarden US-Dollar-Kreditpaket Ägypten nicht dauerhaft retten wird und kann. Das heißt, wir werden immer wieder und wahrscheinlich schon sehr bald in Situationen kommen, wo Ägypten eben auf uns, Deutschland, auf die Europäische Union, aber eben auch auf die internationalen Finanzinstitutionen, wo Deutschland eben eine sehr wichtige Stimme hat, zukommen wird. Und ich denke deswegen, wir haben eine Chance verpasst, aber es gibt zig andere Chancen in Zukunft, wo wir deutlich auch eben Hilfe konditionieren können, mit Forderungen eben, dass die Menschenrechtssituation verbessert werden muss, dass politische Teilhabe eingeräumt werden muss. Ja, also das ist tatsächlich was, was ich… In dem Sicherheitsabkommen gibt es jetzt vom April, gibt es, glaube ich, auch so einen kleinen vage Satz, dass auf die Menschenrechte Acht genommen werden muss oder sowas, aber ja mehr eine vage Schutzverhaftung ist. Ja, ich meine auch das Sicherheitsabkommen, also bei aller Kritik, die ich auch selber ausgeübt habe an der Bundesregierung, dass sie eben dieses Sicherheitsabkommen unterschrieben hat. Ich halte das absolut für falsch, aber man muss sehen, das ist halt erst mal nur eine Schale, eine leere Schale, in der Kooperation stattfindet. Deswegen macht es halt schon Sinn, jetzt genau darauf zu gucken, was für konkrete Maßnahmen hier die Bundesregierung vorhat und gegebenenfalls auch diese Maßnahmen zu kritisieren, einzufordern, dass sie immer unter dem Vorbehalt deutschem und auch internationalen Recht stehen müssen, so steht das ja auch in dem Abkommen. Darauf kann man sich also jetzt auch berufen und dass dann entsprechend Kooperation mit so einem System gar nicht möglich sein kann, nach meinem Verständnis. Herr Büttner, sehen Sie eine Möglichkeit, die ägyptische Wirtschaft zu unterstützen und gleichzeitig eine konstruktive Menschenrechtspolitik zu machen? Klar. Wie sieht die aus? Ich meine, das ist unsere Aufgabe. Ich denke, und da möchte ich auch anschließen, was die Bundesregierung eben nicht macht, ist, dass sie ihre Politik gegenüber Ägypten an Menschenrechtskriterien bindet. Also das ist unsere Forderung, dass das sowohl auf bilateraler Ebene passiert, also auf höchster Ebene, wenn Treffen zwischen Zizi und Merkel stattfinden, dass das auch passiert, dass man die Menschenrechte aufgreift und entsprechende Klauseln einfügt im Rahmen der Europäischen Union, also in internationalen Foren, im Rahmen des internationalen Währungsfonds, dass das Thema auch immer wieder im Menschenrechtsrat auf die Tagesordnung gesetzt wird und man sich nicht zurückschreckt, wenn große Kritik von Ägypten kommt. Und dass das auch ganz klar dann in der praktischen Umsetzung die Menschenrechte eine Rolle spielt und da auch an Kriterien gebunden wird. Ich meine, wir haben da auch einerseits gute Erfahrungen gemacht, was wir von unseren Partnern noch in Ägypten von der Deutschen Botschaft beispielsweise hören. Die ist also an Prozessbeobachtungen beteiligt. Das hat auch Priorität in der Deutschen Botschaft in Kairo. Also sie versucht auch immer noch, soweit es möglich ist und soweit die Gruppen noch existieren, zu Menschenrechtlern Kontakte aufrechtzuerhalten, auch einen Raum, einen Rahmen zu schaffen, in dem sie sich austauschen können. Also das finden wir gut und das unterstützen wir auch. Aber in anderen Bereichen funktioniert eben gar nicht. Und das ist, ein Beispiel sind diese hochrangigen Treffen, die wir vor allen Dingen, was wir vor allem bei Merkel und Zizi gesehen haben, das galt sowohl für das Treffen 2015, als Zizi nach Berlin kam, und dort die Bundesregierung es einfach nicht geschafft hat, diesen Besuch zu nutzen, um konkrete Menschenrechtsverbesserungen zu erreichen. Also klare Kriterien für den Besuch aufgestellt hat. Man hat das versucht, an das Stiftungsabkommen zu binden, also ein Abkommen, wodurch dann auch die deutschen Stiftungen in Ägypten wieder arbeiten können. Aber das hat dann die ägyptische Regierung unter den Tisch fallen lassen. Und die Bundesregierung hat dann es nicht geschafft, da hart zu verhandeln und ganz klar darzustellen, dass nur dann Zizi nach Berlin kommen kann, wenn er auch das entsprechende Stiftungsabkommen mit entsprechenden Menschenrechtskriterien bietet. Also da ist die Bundesregierung auch, das diplomatische Verhandlungsgeschick, denke ich, ist da nicht auf die Menschenrechte konzentriert und man verhandelt da auch nicht stark genug. Nun ist er ja zum zweiten Mal in Berlin. Ist da aufgegeben worden oder ist das immer noch auf der Tagesordnung? Es war jetzt kein Staatsbesuch heute, aber wird da weiter verhandelt oder ist das jetzt erstmal in Klammern gesetzt? Na gut, das Stiftungsabkommen ist jetzt erstmal abgeschlossen. Es gibt, also wir versuchen natürlich, dass das Thema immer wieder auf der Tagesordnung bleibt. Aber auch der Besuch Merkels beispielsweise in Ägypten dann, also auch da hat man Zizi-Legitimation, unglaublich große Legitimation gegeben, in dem Merkel dann zu diesem Dinner gegangen ist, bei dem dann ägyptische Tempeltänzerinnen vor der Sphinx aufgetreten sind und das dann auch noch gefilmt wurde von der ägyptischen Regierung und auch noch auf die Facebook-Seite von Zizi gestellt wurde. All das da dieses Kanzleramt nicht stärker verhandelt hat und klar gemacht hat, dass das nicht passieren darf, das spricht nicht für die Verhandlungsstärke und auch nicht dafür, dass man eben Menschenrechte höchste Priorität setzt. Trotzdem spricht natürlich Merkel diese Themen an. Das wissen wir auch, klar. Sie greift das auf, aber unserer Meinung nach eben nicht ausreichend und nicht in dem Maße, dass man Zizi dann bei diesem Besuch nicht noch zusätzliche Legitimität gibt. Aber ganz kurz. Vielleicht ein Wort, weil du es jetzt aufgebracht hast und ich finde, es ist auch ein angemessener Rahmen, um darüber auch konkret zu sprechen, das Stiftungsabkommen. Es ist sehr, sehr leicht, momentan die Bundesregierung zu kritisieren. Also das ist offensichtlich, dass hier einiges falsch läuft und ich halte die Politik der Bundesregierung da wirklich auch für sehr schwach. Es wird nicht gut verhandelt, es wird nicht ausverhandelt. Es werden Drohungen einfach sozusagen für wahre Münze genommen und man ist dann eingeschüchtert, weicht zurück. Aber gerade dieses Stiftungsabkommen ist aus meiner Beobachtung was gewesen, was durchaus auch in der Hand der politischen Stiftung lag, ob dieses Abkommen zustande kommt. Zum Beispiel Nein zu sagen und da würde ich auch keine Stiftung ausnehmen, um das ganz explizit zu sagen. Also ich denke, da hätten sich alle Stiftungen deutlich gegenstellen müssen und im Zweifelsfall hätten auch einzelne Stiftungen, wenn die anderen tatsächlich dieses Abkommen unbedingt haben wollten, hätten auch einzelne Stiftungen sagen müssen, Nein, mit uns nicht. Wir wollen in diesem Abkommen nicht namentlich erwähnt werden, weil dieses Abkommen ist letztlich genau die Akzeptanz des autoritären Rahmens, so wie wir ihn momentan in Ägypten sehen und so wie er auch in der NGO-Gesetzgebung letztlich ratifiziert, legalisiert wurde. Also um es mal einen Punkt zu bringen, Terrorbekämpfung steht im Vordergrund und Abhaltung der Flüchtlingsmassen, sowas. Für die Bundesregierung. Und auch für andere Länder wahrscheinlich. Ja, aber wie gesagt, ich denke, dieses Stiftungsabkommen ist eine sehr interessante Sache, weil hier waren ja teilweise, oder nicht teilweise, hier waren eben die Akteure der deutschen Zivilgesellschaft auch irgendwie mit in diesem Verhandlungsprozess mit drin und da muss ich sagen, war ich etwas enttäuscht drüber, dass eben von der Seite nicht deutlicher gegen dieses Abkommen Position bezogen wurde. Und ich denke, wenn ich da auch noch dazu gehören darf, ich denke, es ist eben nicht, natürlich die Bundesregierung ist der hauptpolitische Akteur, das ist ganz klar, Außenministerium, Kanzleramt, auch das Innenministerium, wo es sehr schwierig ist, über dieses Sicherheitsabkommen zu sprechen, die da teilweise auch, es ist ja der Zurückhalt schon nur bereitzend, sich darüber auszutauschen, wie man auch die Sorgfaltspflicht gegenüber den Beamten einfach sicherstellen will, die mit dem nationalen Sicherheitsdienst arbeiten, der für schwerste Folter zuständig ist, wie man sicherstellt, dass Geständen oder Informationen, die man bekommt, nicht unter Folter gewonnen worden sind. Das sind alles Themen, die das Innenministerium lösen muss. Und da bieten wir uns auch als Gesprächspartner an, jetzt, dass das Sicherheitsabkommen abgeschlossen ist, das wir abgelehnt haben, aber jetzt, dass man sie praktisch noch versucht, Einfluss zu nehmen. Ich denke, da sind wir auch offen für das, da suchen wir auch das Gespräch zum Innenministerium und bieten uns da auch als Gesprächspartner an. Aber neben der Bundesregierung ist eben auch noch sind andere Akteure. Es sind die Stiftungen, die teilweise eben in Ägypten noch aktiv sind. Es sind auch die Abgeordneten, der Bundestag nicht zu vergessen, der zu Ägypten relativ kaum aktiv ist, auch kaum da Menschenrechtskriterien in den Vordergrund stellt. Und wir haben auch Unternehmen, die jetzt ja auch durch den nationalen Aktionsplan in Deutschland zwar nicht rechtlich gebunden sind, aber die doch auch in ihrer Unternehmensstrategie Menschenrechte beachten müssen. Und wenn die nach Ägypten gehen und jetzt Investitionspartnerschaften heute mit dem Regime beim Wirtschaftsforum abschließen, dann müssen sie auch mal gucken, wie es um die Rechtssicherheit da steht, was das für ihre Mitarbeiter bedeutet und in welchem Land sie investieren. Ich bedanke mich sehr für diese kritischen und offenen und auch sehr intimen Einblicke, die wir hatten. Ich will jetzt kein Fazit schließen, weil ich mich dafür nicht berufen fühle. Ich würde gerne beenden das Panel und dann das Ende öffnen und um Fragen bitten mit einer Frage von jedem euch vieren nach einem Ausblick. Wir haben über Parlamentswahlen geredet 2018. Wir gucken jetzt mal ein bisschen in die Glaskugel. Worüber werden wir reden, wenn wir uns in zwei Jahren hier wieder treffen würden? Ich weiß nicht, wer beginnen möchte. Wer regiert? Wie ist die deutsche Position? Wie ist die Situation in den Gefängnissen? Vielleicht? Ich habe erst einmal eine Kritik. Darf ich? Ja. An diese Bilder? Das ist nicht die Ägypten. Das ist das Bild, was wir von Ägypten haben. Ja, das ist nicht die Ägypten. Aber auch. Okay. Was müsste da hängen? Wie würde das Bild aussehen? Leute. Leute. Mit Demonstrationsplakaten? Das ist aber nicht mehr aktuell. Okay. Das war nur eine Kritik. Finde ich gut. Und, ähm, ja, do you want me to talk about the situation in... Ja, die Situation in den Gefängnissen in der Zukunft? Okay, I think that we will keep... Ich denke, wir werden nach wie vor versuchen zu kämpfen. Für mich ist es nicht persönlich. I can't leave now my... Na ja, wissen Sie, ich kann mein persönliches Leben überhaupt nicht leben. Ich denke an die Leute in Ägypten, weil, äh, der letzte Monat im Gefängnis, da muss ich sagen, waren Leute in meiner Zelle, die haben versucht, mir eine Party zu organisieren, weil sie wussten, ich komme raus. Und sie haben mir aber auch gesagt, vergiss uns nicht. Kämpf weiter für uns. Und das haben sie mir gesagt, das werde ich nie vergessen. Also für mich gibt es jetzt kein persönliches Leben. Ich weiß, das wird meine Frau jetzt hier wütend machen, aber es ist sehr schwer, sich zu konzentrieren auf sowas wie ein persönliches Leben, wenn 60.000 meiner Landsleute im Gefängnis sitzen. Und hunderte von Menschen gefoltert werden, medizinisch vernachlässigt werden, wenn Leute verschwinden. Es ist wirklich ein Albtraum, der sich da abspielt. Und ich bin gezwungen, damit umzugehen und das zu meinem Leben zu machen. Für mich scheint die Zukunft düster. Ich bin ganz ehrlich und sage das so. Aber es gibt auch Hoffnung. Vor zwei Jahren oder vor vier Jahren, wenn ich hier gesessen hätte, dann hätte ich vielleicht gesagt, es wird so ein furchtbares politisches Umfeld geben, dass der Sohn eines Führers der Muslimbruderschaft einfach ins Gefängnis gesteckt wird und befreit wird. Nur deshalb, weil der amerikanische Präsident sich persönlich für ihn einsetzt. und der US-Kongress gibt trotzdem 1,3 Milliarden Militärhilfe, aber nur, wenn dieser Mann hier freigesetzt wird. Wenn ich das gesagt hätte, hier auf diesem Postum vor vier Jahren, da hätte mir das keiner geglaubt. Heute sitze ich hier und ich habe genau das erlebt. Meine Hoffnung bekomme ich von Ihnen, von Menschen, die sich interessieren für diese Themen, die weiterarbeiten, die Widerstand bieten und das gibt mir Hoffnung. Und wie gesagt, im Gefängnis in dieser dunklen Zelle ist schon ein kleines Licht, ein Funken, der den ganzen Raum erhält. Die ganze Dunkelheit wegnimmt. So wie wir Gut und Böse definieren und quantifizieren, ist immer, dass das Gute überwiegt. Und in fünf bis zehn Jahren dann haben vielleicht die Menschen, die an Freiheit und Frieden glauben, den Sieg davon getragen. einen politischen Ausdruck? Oder hier? Also, Analysten liegen ja meistens falsch. Fangen wir mal von dem Symbol. Das war sehr interessant. Was wäre denn für einen Analysten das richtige Symbol für Ägypten heute? Also auf jeden Fall auch Menschen, da stimme ich absolut zu und leider momentan eben wahrscheinlich Menschen mit gefesselten Händen und einem Pflaster über den Mund. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass dieses System, was wir momentan sehen, dass das einfach nicht aus sich selbst heraus bestehen kann. Ägypten ist pleite, wird sozusagen von außen finanziert und die Frage, wie lange dieses Regime leben kann, die ist ganz entscheidend nur zu beantworten, wenn man weiß, wie lange sozusagen die internationale Gemeinschaft und insbesondere auch die westlichen Staaten dieses Regime leben lassen. Das ist, glaube ich, schon ganz zentral. Ägypten gibt dieses Jahr wahrscheinlich rund 40 Prozent seiner Staatseinnahmen für Zinsen, für Kredite aus. Das muss man sich mal vorstellen. Also die haben einfach kein Geld. Und in dem Moment, in dem jetzt weitere Kredite bewilligt werden, in dem weitere Hilfszahlungen vielleicht auch aus den Golfländern kommen, aus politischen Interessen heraus, kann man so ein autoritäres Regime sicherlich auch über Jahre erst mal weiter finanzieren. So gesehen, ich fühle mich nicht in der Lage, sozusagen diese komplexe Logik vorauszudenken, weil es hängt sehr viel auch von der Situation, von den Entwicklungen im Rest der Welt ab, ob dieses System eben dauerhaft sein wird oder nicht, oder nicht dauerhaft, aber längerfristig da sein wird oder nicht. Auf jeden Fall ist es nicht aus sich selbst heraus ja, möglich, dieses System zu finanzieren. Herr Büttner, Sie haben das Schlusswort. Ja, vielleicht eine Bürde. Aber das Schlusswort ist auch sehr nüchtern, denke ich, bei uns. Also ich denke, bei uns geht es im Augenblick auch eher um Schadensbegrenzung, was wir in der politischen Arbeit im Augenblick machen. Es geht eben darum, dass die Menschenrechtler und die Aktivisten, die in den Gefängnissen sitzen, einfach nicht in Vergessenheit geraten. Es geht darum, jetzt bei der Umsetzung auch des NGO-Gesetzes, dass das eben vielleicht doch noch Möglichkeiten gibt, um Organisationen einen gewissen Spielraum zu lassen und dass der internationale Druck sicherlich dazu beitragen kann. Es geht darum in Deutschland auch, wie das Sicherheitsabkommen jetzt umgesetzt wird. Aber die Lage ist natürlich sehr, sehr schwierig und ich glaube, was man trotzdem sehen muss, trotz unserer Kritik, die wir in der Bundesregierung haben, ist es natürlich schon auch so, dass wir im internationalen Vergleich sehen, dass das Auswärtige Amt, dass das Kanzleramt noch sehr offen für Menschenrechtsfragen ist, während das jetzt zum Beispiel in den USA im Augenblick kein Thema ist. Also da sehen wir auch die Bundesregierung als in vielen Bereichen doch auch als Verbündeten, der auch innerhalb der EU noch das Thema immer wieder aufgreift, während andere Länder, wie beispielsweise Griechenland oder Zypern, total blockieren. Also da setzen wir dann doch auf die Bundesregierung und auch unsere internationalen Partner setzen auf die Bundesregierung und wir machen weiter und versuchen eben den Schaden so gering wie möglich zu halten und die Aktivisten weiter im Vordergrund zu halten. Vielen Dank an alle vier und was man im Fernsehen selten hört und in Ägypten wahrscheinlich auch im Moment sehr selten, gibt es Fragen? Stellen Sie sie auf allen Sprachen. Dein junger Herr da vorne. Wenn Sie möchten, gerne. Kurz. Wait a second. There will be... Ganz kurz, bis das Mikrofon bei Ihnen ist. Einen Moment. Mein Name ist Islam. Ich bin ägyptischer Student. Ich bin zwei Jahre hier. Meine Frage geht an das gesamte Panel. Es bezieht sich auf Human Rights Watch, soweit ich das verstanden habe. In Bezug auf Human Rights Watch ist es so, dass es Bedenken gibt von Ihrer Seite, auch in Bezug auf die deutsche Regierung. Gibt es da eine rote Linie, die, wenn die Regierung sie übertritt, Sie sagen, dass etwas getan werden muss, weil soweit ich das weiß, konnten Sie den Satz gerade alle hören? Okay. Also vor drei Tagen wurden sechs Universitätsstudenten aus meiner ursprünglichen Universität zum Tod verurteilt. Das ist ein absolut konstruierter Prozess und ich habe mich gefragt, ob es etwas gibt, was wir tun können. Ist das beispielsweise eine rote Linie, die nicht überschritten werden dürfte? Gerne. Also wir haben diesen Fall auch verfolgt, kann ich auf Deutsch? Ist okay. Also wir haben diesen Fall ja auch dokumentiert, heute oder gestern auch, eine Pressemitteilung. Wir haben auch die Einzelnen dokumentiert, wie wir dann mit die Informationen gewonnen haben, wie wir mit den Angehörigen gesprochen haben, wie die Personen, die dann verurteilt wurden, willkürlich verschwunden sind, verschleppt worden sind, wie dann der ganze Prozess absoluter Fachs war. Auch, dass das Militärgericht Zivilisten über Zivilisten urteilt, mit kaum Zugang zu Rechtsanwalt und so weiter. Das haben wir alles dokumentiert und wir sind da auch dran. Wir haben aber natürlich keine, wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation. Also wir haben nur die Möglichkeit, immer wieder Themen zu dokumentieren, gut recherchiert, zu dokumentieren und diese Dokumentation dann in den politischen Prozess einzubringen. Und natürlich können wir neben den politischen Aktionen oder politischen Gesprächen auch die Medien nutzen, soziale Medien, aber auch dann natürlich Fernsehen und so weiter. Das sind Möglichkeiten, wie man den Druck auf die Bundesregierung oder andere Regierungen, westliche Regierungen vor allen Dingen, erhöhen kann. Aber darüber hinaus sind natürlich auch unsere Mittel begrenzt. Ich glaube, das muss man auch ganz klar und ehrlich zu sehen. Wir können dokumentieren, wir können darauf aufmerksam machen, wir können die Medien nutzen, wir können den direkten Zugang zu den Politikern suchen, den wir auch haben. Aber die Entscheidungskompetenz und die Fähigkeit, dann tatsächlich in den Regierungssprächen das aufzugreifen, das liegt in der Exekutive, das liegt teilweise auch im Parlament. Da haben auch, ich denke auch Unternehmen eine bessere Möglichkeit. Wenn Sie mal nachfragen bei Ihren Gesprächen jetzt, ja wie sieht es denn mit diesen sechs Studenten aus, was ist denn da los? Das sind dann wirklich Möglichkeiten, wie auch noch Druck, der Druck erhöht werden kann. Politisch eine rote Linie? Ja, politisch eine rote Linie. Also ich bin da immer sehr skeptisch, was rote Linien angeht, weil die wurden zu oft gerissen und in Ägypten ist es schon bemerkenswert, als es Rabaha gab, was tatsächlich ein Massaker war. Ich glaube, da sind sich hier in Deutschland tatsächlich auch alle im politischen Berlin einig drüber, dass das tatsächlich sozusagen Massenmord war, der da innerhalb von einem Tag geschah. Oder 50 tote Maschinenbrüder vielleicht. Unter Umständen über 1000. Man weiß es nicht genau, weil natürlich die Aufarbeitung auch nicht transparent gewesen ist. Aber da wurde nicht mal der deutsche und auch andere europäische Botschafter abgezogen. Also wenn Sie mich vor Rabaha gefragt hätten, hätte ich gesagt, wenn sowas passiert, dann ist da eine rote Linie gerissen und dann wird es Sanktionen geben und dann wird sofort der Botschafter abgezogen. Und dann, das ist nicht passiert. Also ich denke, das ist genau die Gefahr, dass wir hier sozusagen immer schlimmere Maßnahmen sehen und es nicht wirklich eine rote Linie dafür gibt. Also muss ich, ja, aber der Punkt ist, denke ich, ganz zentral, den Sie gemacht haben, dass sich alle darüber im Klaren sein sollten, dass so schlimm dieses System ist, was wir hier sehen, es gibt Steigerungsmöglichkeiten. Wir haben bis jetzt wenig Hinrichtungen gesehen in Ägypten im Verhältnis zu den Todesurteilen, die gesprochen sind und wenn die tatsächlich ausgeführt werden sollten, dann haben wir eine ganz andere Dimension. Das muss man ganz klar sagen. Ich möchte nur etwas hinzufügen. Islam, also Human Rights Watch und andere Organisationen, sie führen Forschung durch, stellen sicher, dass es Berichte gibt, die sehr fundiert sind, gut recherchiert sind und jeder einzelne von uns muss diese Dokumente, diese Berichte nutzen, um festzustellen, wo ist hier die Soft Power, wo können wir Druck ausüben, sei es in der Zivilgesellschaft, sei es innerhalb der Regierung, im Parlament. Und ich war geschockt angesichts Rabba. Und bis heute, also 2013 bis heute, vier Jahre später, es gab keinen einzigen Fall vor Gericht außerhalb Ägyptens gegen auch nur einen einzigen, der die Menschenrechte verletzt hat. Also in Deutschland beispielsweise, USA, Frankreich, Großbritannien haben manchmal gedroht, wir verklagen Einzelpersonen, aber es wurde kein wirklicher Fall oder ein Prozess angestrengt. Das kann die Macht der Zivilgesellschaft sein. Dann kann man zu Human Rights Watch gehen oder einem Think Tank und sagen, können Sie uns bitte helfen und diesen Rechtsfall mit uns durchführen. Also ich habe das bei Briefings bereits gesehen. Innerhalb der Regierung gibt es natürlich auch Brüche, da gibt es unterschiedliche Machtstrukturen, unterschiedliche Ansichten zu bestimmten Dingen. Manchmal muss man wirklich die eigenen Verbündeten herausfinden, um ihnen dann die nötigen Instrumente zu geben, damit sie intern bessere Argumente vorbringen können, für das, was wir selber wollen. Also man muss hier einfach politisch etwas klüger herangehen. Ich möchte noch etwas sagen. Also ich denke, die rote Linie, Sie haben ja nach der roten Linie für Deutschland gefragt, nicht für Human Rights Watch, oder? Also für die deutsche Regierung. Was wäre hier beispielsweise die rote Linie? Und ich denke, dass es einfach keine rote Linie gibt, weil es keine Moral in der Politik gibt. Ich bin ein Straßenaktivist und ich spreche jetzt zu Ihnen in der Straßensprache. Niemand wird uns helfen. Wir müssen einfach an die Menschen glauben. Die Menschen auf den Straßen, auch hier in Deutschland, nicht an die Menschen in der Regierung. Das ist meine Meinung. Ich möchte noch etwas hinzufügen. Also als privater Bürger mache ich das. Ich habe meine gesamte Zeit, meine gesamten zwei Jahre seit der Entlassung aus dem Gefängnis dieser Strategie gewidmet. Wir sind ja alle Aktivisten. Das ist das, was wir machen. Also Sie sollten Ihnen aber ermutigen. Natürlich darf er das machen. Also Sie sind ja nicht in Ägypten. Also natürlich dürfen Sie das. Aber was ist das Ergebnis? Was erzielen wir damit? Das ist dann hier die Frage. Also ich weiß hiervon, aber es hat mich wirklich unheimlich traurig gemacht, also als ich das gehört habe, hier mit diesem NGO gesetzt. Und ich bin auch hier in Berlin politisch aktiv. Und ehrlich gesagt kann ich das nicht verstehen. Also dass im Prinzip diejenigen, die letztendlich da auch eine klare Aufgabenstellung sich selbst gesetzt haben, also so einem Agreement zugestimmt haben. Und wenn dann gesagt wird, also die Regierung hier, die scheint ja doch auf unserer Seite zu sein und kooperativ. Auf der anderen Seite sehen wir, im internationalen Raum wird da überhaupt nichts thematisiert. Also ich meine, wie lange sollen wir uns das noch angucken, um zu verstehen, welches System dahinter besteht. Und dann kann ich das ehrlich gesagt nicht verstehen, also dass man da so einem Agreement zusteht. tut mir echt leid. Ich glaube nicht, dass irgendjemand nicht Ihrer Meinung wäre deswegen. Oder wer möchte antworten? Ja. Niemand kann das verstehen. Niemand kann das verstehen. Wirklich. Niemand kann das verstehen. Also ich verstehe es wirklich nicht, was die deutsche Regierung für einen Nutzen daraus zieht. Ich kann das wirklich nicht verstehen. Also er kann nicht bei der Frage der Migration, der Flüchtlinge helfen, auch nicht bei der Frage des Terrorismus. Ich verstehe die Regierung, aber ich verstehe nicht die Nichtregierungsorganisationen. Also es ist natürlich sehr wichtig, auch den zeitlichen Rahmen zu verstehen, wann das Nichtregierungsorganisationsgesetz vorbereitet wurde. Warum war das so? Und es wurde vier oder fünf Tage verabschiedet, bevor es die Wahlen in den Vereinigten Staaten gab, also bevor Trump gewählt wurde. Und das bringt mich wieder zurück zu dem, was vorher schon angesprochen wurde, und der größeren Verantwortung der deutschen Regierung und der Bundeskanzlerin, die hoffentlich die Anführerin der freien Welt ist. Also ich möchte noch sagen, Human Rights Watch hat uns geholfen bei der Kampagne gegen diese Vereinbarung, aber naja, das Ergebnis kennen wir. Ich wollte eigentlich ganz gerne auf Sie oder Ihnen antworten, Islam. Ich bin in einer ähnlichen Position. Hi, David. Ja, ich bin David. Wer ich bin? Ich bin ein Gutmensch. Ich habe eine strukturierte politische Organisation, wenn man das so sagen will, und eigentlich kann ich dem, was Ahmed gesagt hat, nur zustimmen. Also wir dürfen uns nicht auf die Regierung verlassen. Wir dürfen uns nur auf uns selbst verlassen und dann hoffen, dass es andere Menschen gibt, die die gleichen Ansichten haben. Das kann uns dann helfen. Wir können das nur machen. Niemand sonst kann das tun. Dieser ganze Mist in Bezug auf Menschenrechte und so weiter, das ist einfach Werbung. Das ist Mist. Also, in unserer Organisation sammeln wir Geld für den Tahrir Square. Wir erstellen Videos über 2009 im Iran. Der erste, der in Iran war, nach dem Atomkompromiss, war Sigmar Gabriel. Er hat Ayatollah Khamenei in Iran gewürdigt und Sigmar Gabriel wieder bei Assisi, Siemens, großes Unternehmen. Sie haben einen großen Deal abgeschlossen mit Iran und auch mit Ägypten und so weiter und so fort. Also, das ist alles Mist, wenn die Politiker über Menschenrechte sprechen. Wir können einfach nur selber handeln. Wir dürfen uns nur auf uns verlassen. Wir können eigentlich sehr viel machen. Aber wir dürfen uns nicht auf die Politiker verlassen. Wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Ich möchte noch etwas hinzufügen. Aber bitte kein Bullshit. Nein, also Bullshit sage ich jetzt nicht. Also, wir bitten nicht um Hilfe, weil wir versuchen, eine Revolution durchzuführen. Das heißt, wir bitten um Solidarität. Wir fordern Solidarität von der ganzen Welt. Und in Bezug auf diesen Mist, den die Politiker, in Bezug auf die Menschenrechte verzaffen, muss ich sagen, also ich bin ein Aktivist. Ich bin ein Menschenrechtsaktivist. Also, es wäre sehr hilfreich, wenn wir Hilfe bekommen. Aber insgesamt wird unser Regime nicht verändert werden. Wir sind dafür verantwortlich, es zu verändern. Also, ich möchte noch einen ganz kurzen Kommentar dazu sagen. Als ich im Gefängnis war, habe ich nicht an die Regierungsorganisationen oder Institutionen vielmehr geglaubt als möglichen Weg zur Veränderung. Also, ich habe hier etwas andere Ansichten, wobei ich widerspreche nicht dem, was bereits gesagt wurde. Also, zunächst einmal muss man wirklich die Menschen mobilisieren, die an demokratische Werte und Grundsätze glauben. Das müssen wir machen. Aber wir müssen auch anerkennen, dass diese Regierungsinstitutionen und die Veränderungsmechanismen, die es in freien und demokratischen Gesellschaften gibt, funktionieren und auch Menschen mobilisieren. Das heißt, Institutionen können verändert werden. Wir sind der lebende Beweis dafür. Aber wie können wir den Status quo verändern? Also, wir müssen die Menschen mobilisieren, dass sie die Regierung dazu zwingen, zu handeln. Und das ist wirklich das, wo wir einen Unterschied, wo wir unterscheiden müssen. Also, wir verstehen die politische Landschaft, wir wissen, dass wir gegenüber der Regierung sitzen, wenn wir etwas einfordern. Und ich denke, dass es hier einen Schneeballeffekt geben kann. Erst war es vielleicht nur ein Fall, dann sind es zwei Fälle, dann sprechen wir über mehr Fälle. Also, selbst unter Trump kommen Leute aus dem Gefängnis. Also, es kann etwas passieren. Wir müssen politisch klug vorgehen und wir müssen die Menschen mobilisieren, aber das dann als Druckmittel nutzen, um Regierungen zum Handeln zu zwingen. Das ist mein Kommentar dazu. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich lebe in Ägypten und ich bin hier zu Besuch. und vielleicht kompromittiert mich alleine der Kommentar jetzt hier, aber ich kann Ihnen sagen, dass die Situation dort genauso ist, wie hier beschrieben. Und ich habe ein gutes Gespür dafür, was in der Straße passiert. Und ich schreibe auch viel über Ägypten. Ich bin auch Kopte, aber das schützt mich nicht vor einer Inhaftierung, weil sowohl für Kopten als auch in Bezug auf die Radikalisierung die Situation so schlimm ist. Die Regierung spricht über Flüchtlinge, Terrorismus, Kopten und das ist aber alles falsch. Also, da verstecken sie sich hinter etwas anderem. Ich habe einen Vorschlag. Also, wie wäre es, wenn wir über die Beteiligung Deutschlands sprechen? Nicht in diesem gleichen passiven Ton, dass Druck ausgeübt werden sollte, aber es wurde nicht gemacht. Also, wir versuchen nur zu helfen, denn ich denke, dass Deutschland ein Partner von Ägypten ist. Sie sind Partner sowohl im Guten als auch im Schlechten. Und wenn es um die Polizei geht und die neue Vereinbarung, dann helfen sie. Also, dann hilft Deutschland den ägyptischen Polizisten oder den Polizeistrukturen. Das heißt, das ist so, dass hier Deutschland wirklich auch beteiligt ist. 2012 habe ich einen Investigativbericht geschrieben über die Zensur von Artikeln im Auftrag des Militärs und gleichzeitig gab es eine Konferenz, wo der deutsche Botschafter interveniert hat, dass diese nicht stattfinden konnte. Also, zusammen mit dem Militär hat er das gemacht. Das heißt, wir können nicht nur fragen, warum wird das gemacht? Es gibt aber, es gibt einfach ganz klare wirtschaftliche Interessen. Deutschland hat auch geholfen bei den Nummernschildern, mit den Pässen in Ägypten. Es gibt viele dubiose Geschäfte mit der deutschen Industrie, militärische Vereinbarung. Warum braucht Ägypten ein U-Boot? Also, es gibt hier ganz viele Dinge, die passieren, aus wirtschaftlicher Sicht. Und man kann nicht einfach nur sagen, naja, wir wissen nicht so genau, sondern mein Vorschlag wäre, man muss damit so umgehen, als wenn Deutschland ein Partner von allem ist, was dort passiert. Und in einer demokratischen Gesellschaft, denke ich, können die Ägypter sich dagegenstellen. Aber Deutschland hat wirklich die Aufgabe, sich gegen diese faschistischen Aktivitäten zu stellen und nicht nur eine passive Rolle einzunehmen. Also, sprechen natürlich nicht nur von Deutschland, es gilt natürlich auch für alle anderen Länder. Wir sind hier nur gerade in Deutschland. Deutschland ist ein sehr starkes Land und hat dadurch natürlich eine größere Verantwortung. Möchte jemand das kommentieren? Ich finde es so, wenn es keine Vertrauen hier gibt und sie sagen, wir hätten das gemacht, aber wir haben das nicht gemacht und wir wollen das wieder machen, also jetzt oder nochmal machen, wenn das so passieren würde, dann sehe ich also, es geht hier um die Sicherheit Deutschlands und Europas und natürlich auch die wirtschaftlichen Interessen. Aber es geht nicht um Menschenrechte in diesen Ländern, weil wir das also seit Jahren hören. Sie haben auch Mubarak und ganz kurz, wer ist wir? Können Sie einen Satz sagen, wer Sie sind? Der Westen, weil wir auch, wir haben also diese Frage gestellt. Wer sind Sie? Ich bin also hier, ich lebe hier in Deutschland, also ich arbeite hier, ich bin Deutsche auch, also ich habe die Staatsbürgerschaft hier, ich leiste meinen Beitrag zu diesem Land und identifiziere mich mit diesem Land, aber was ich jetzt höre, ist es, das wird sich wiederhören, wiederhören, jedes Mal, wenn ich das höre, höre ich, also wir haben Interessen, wir haben Interessen, wir haben Interessen, das heißt also, die Politik ist so, aber die Politik ist hässlich, wenn es nur um Interessen geht und das ist, was ist in dem Fall passiert. Die Menschen in Ägypten, als sie jetzt diesen Aufstand, also als sie aufgestanden sind, haben selber das also gemacht, aber die Unterstützung war auch sehr, sehr, sehr gering. Also das heißt, es gab keine richtige, also Unterstützung und es gibt immer noch keine Unterstützung. Natürlich ist es gut, wenn man das thematisiert und hier setzt und darüber diskutiert und sagt, okay, da gibt es und hört man also diese Geschichten und Storys, aber ich sehe auch, dass es Hoffnung gibt, aber wie können wir das, also wie kann die Prognose jetzt aussehen in den nächsten 30 Jahren? Das weiß man nicht. Mubarak war 30 Jahre an der Macht mit der Unterstützung also des Westen und Europas und Amerika. ich bin also kein Fundamentalist oder sowas, aber ich sage das. Wann hören wir, dass etwas also unternommen wird, um etwas um uns durchzusetzen als Politiker hier? Wir reden immer über Kooperation, Interessen, Kooperation. Wir wissen, dass es der Deutschen Interessen in Ägypten hat und auch im Nahen Ost. Amerika hat auch Interessen, Europa hat Interessen, aber Menschenrechte spielen keine Rolle in der Politik, dass es bis jetzt nicht richtig thematisiert wurde in dem Treffen mit Merkel und Sisi nicht richtig thematisiert, dass ein Abkommen unterschrieben wurde und wir sagen, wir hätten, wir hätten, wir hätten und wir wurden. Da muss ich ganz kurz unterbrechen. Wir haben hier keine Politiker sitzen, die Sie dafür verantwortlich machen können. Insofern, haben Sie noch eine Frage? Also wir verteidigen die Politik hier auch. Ja, sehen wir. Ja, das genau wollen wir ja verändern. Abraham, genau das wollen wir verändern. Wir sehen das schon als Problem. Was gesagt wurde, sich für Menschenrechte einzusetzen ist sozusagen erstmal ein Selbstzweck. Das ist ganz klar. Also das muss man nicht durch irgendwas anderes begründen. Aber ich denke dennoch, dass es in der politischen Debatte, wenn man versucht, Einfluss auf Politik, auf Außenpolitik zu nehmen, wahrscheinlich nicht ausreicht. Einfach nur zu sagen, ihr müsst euch für Menschenrechte einsetzen, der Menschenrechte wegen. So wichtig ich das persönlich auch finde. Sondern ich denke, es ist wichtig eben politischen Entscheidungsträgern auch klar zu machen, wenn sie sich nicht für Menschenrechte in einem Land wie Ägypten einsetzen, hat das auch für uns Folgen, die erstmal gar nicht mit den Menschenrechtsverletzungen in Ägypten zusammenhängen. Und die Folgen werden immer offensichtlicher. Ich meine, wir haben das gehört. Radikalisierung ist ein Punkt, der ist ganz zentral. Ja, wenn wir einfach ignorieren, dass hier systematisch Menschenrechte verletzt werden und gleichzeitig dadurch eben sich Menschen radikalisieren in ägyptischen Gefängnissen, dann können wir nicht einfach sagen, hey, Menschenrechte sind uns, in Ägypten sind uns erstmal egal. Die können uns nicht egal sein, weil es letztlich auf uns zurück wirken wird. Also ich denke, das ist schon ganz wichtig, darauf auch immer hinzuweisen. Der Mann mit der roten Hand meldet sich die ganze Zeit. Mein Name ist Gülcene Budakatsu. Ich bin Gülcene Budakatsu. Ich bin Dissident aus der Türkei. ins Exil gegangen, nicht unter so schlimmen Bedingungen, aber unsere beiden Länder, Türkei und Ägypten, werden von Verrückten regiert. Also wir haben Dinge gemeinsam. Nach dem Militärkoup haben wir mit unseren Freunden immer wieder festgestellt, dass die Sicherheitskräfte in der Türkei irgendwo ihre Beziehung noch mit Deutschland haben. Ich weiß nicht, habt ihr auch das Gefühl, wenn ihr irgendwo seid, in einer Diskussion, dass da ägyptische Sicherheitskräfte reinkommen, zu einer öffentlichen Diskussion zu tun, als ob die Welt ihnen gehört? Ja, ein Freund von mir, ein Journalist, wurde vom ägyptischen Botschafter hier angegriffen. und als er nach Ägypten dann reiste, wurde er inhaftiert und er ist nach wie vor im Gefängnis. Ja, als ich meine Anhörung hatte im Kongress, da war mein Vater zwei Tage davor plötzlich verschwunden. Ganz eindeutig. Sie sind hinter uns her, sie beobachten uns, aber das wird uns nicht aufhalten. Ich lebe hier in Berlin und der Sicherheitsdienst Ägyptens ist ganz aktiv in Berlin. Fünf Typen arbeiten da in der Botschaft. Sehen Sie einen heute Abend? Nein. Aber ich weiß, ich kenne einen ganz gut und bevor ich das letzte Mal nach Ägypten gegangen bin, hat er mich getroffen und ich habe festgestellt, dass er bei dem Gespräch, dass er mit mir für Aufzeichnungen gemacht hat. Er hat es mitgeschnitten. Also ich weiß, ich bin beobachtet. Zuletzt von Ihrem Vater gehört? Seine Situation hat sich in letzter Zeit verbessert, aber einfach deshalb, weil ich mich doch durchaus klar und deutlich äußere. Das ist schon strategisch auch so von mir gewollt. Ich wollte was fragen zu den beiden Themen Radikalisierung in Ägypten und auch Zukunft von Ägypten. Ich habe einen sehr guten Freund, der hier in Berlin lebt, der ist auch ägyptischer Flüchtling, der hofft auf Asyl hier, sieht ganz schlecht aus. Er meinte zu mir, er sieht die Gefahr in Ägypten, falls IS irgendwann mal Richtung Ägypten noch näher rankommt, dass durch diese Situation, dass die Menschen sich gerade radikalisieren, weil sie den Glauben an den Westen verlieren und zusätzlich noch, wir hatten die Aussage, die würden jeden wählen außer Sisi, dass es sein könnte, dass Ägypten quasi von IS und von dieser Ideologie überrannt wird. Und ich wollte fragen, inwieweit sie diese Aussage plausibel finden und tatsächlich diese Gefahr auch sehen. Ja, natürlich. Die Radikalisierung ist das zentrale Element aller dieser Themen, die wir diskutieren im Lichte der Menschenrechte. Bei Menschenrechten geht es nicht nur um einen Wert, ein Prinzip, da gibt es auch ein klares Interesse. Und das ist das Argument, was immer wieder geäußert wird in Bezug auf die Flüchtlingsfrage, in Bezug auf die Radikalisierung. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber das Sisi-Regime geht nicht nur repressiv vor, sondern bereitet damit auch den Boden für Radikalisierung. Es ist sogar so, dass ich weitergehen würde und sagen würde, das Regime fördert Radikalisierung. Ich habe das auf Twitter gesagt. Interessant war nämlich, dass es da irgend so einen Sicherheitsoffizier gab, der involviert war in so einen Korruptionsfall. Und dieser Sicherheitsoffizier hat zwei Millionen Pfund bekommen als Prämie für seinen Kampf gegen den Extremismus. Ich meine, warum sollte jemand wirklich ernsthaft was machen gegen Extremismus, wenn er dafür Prämien von zwei Millionen kriegen kann im Jahr? Denken Sie mal daran. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man da was unternimmt, dass man hier Veränderungen herbeiführt. Ich bin ganz in die Richtung der Frage, die Sie gestellt haben. Aber das Dramatische, was ich sehe, ist, dass hier sich eben doch immer mehr Menschen in so einem Klima radikalisieren, das aber wiederum auch vom Regime, von der Administration genutzt werden kann, nach Außen halt, um noch mehr sozusagen Sicherheitskooperation, um noch mehr Hilfe zu bitten, weil der Westen ist ja daran interessiert, dass irgendwie dieses IS-Problem eingedämmt wird. Ja, also das ist genau auch das, wie die Situation sozusagen auf dem Sinai funktioniert. Ja, das ist halt gut für ein Land, ein bisschen IS auf seiner Erde zu haben, weil dann hat man einen guten Grund, um noch mehr Unterstützung im Westen zu werben. Und der Westen, der fällt sozusagen auf dieses Argument, der Westen klingt jetzt ein bisschen breit, aber eben westliche Staaten, westliche Regierungen fallen auf dieses Argument auch immer wieder drauf rein. Das muss man ganz klar sagen. Ja, Al-Assad hat mal geschrieben, dass, ja, wenn ich die Gefangenen alle rauslasse aus dem Gefängnis, dann habt ihr es überall. Das hat er in einem seiner Bücher geschrieben, aber ein bisschen auch klug verpackt. Ich will vielleicht noch einen Satz hinzufügen. Alle Diktatoren in der Geschichte haben irgendwo ein Schreckgespenst auf den Plan gerufen, um den Leuten Angst einzujagen. Und in Ägypten heißt dieses Schreckgespenst IS. Sie sehen ISIS aber nicht als echte Gefahr in Ägypten. Oh doch, das ist sie. Aber das Regime hilft, dieser Bewegung zu wachsen. Die, wie gesagt, die nutzen das ganze Ding nur als Schreckgespenst, um einfach nur ihre Gegner zu bekämpfen, ihre Opposition zu bekämpfen. Sie machen nicht wirklich was gegen IS. Ich habe ein Beispiel, eine ganz kurze Geschichte. Ich habe im Gefängnis einen getroffen, der hat mir gesagt, er ist gefoltert worden von einem Polizeibeamten und er musste 15 Tage in der Hunderhutte sitzen und als er rauskam, konnte er gar nicht mehr stehen. Und er hat gesagt, er träumt jede Nacht, dass er da rausgeht und diesen Polizeioffizier umbringt. Ich hatte kein Argument dagegen. Ich hatte ihm nichts zu sagen. Was hätte ich ihm sagen können, einem Menschen, der sowas durchlebt hat? Vielen Dank, Mohammed und Ahmed und Stefan auch für die alle Sachen und Angelegenheiten, die Sie zur Diskussion gebracht haben. Aber lassen Sie mich erstmals auf Englisch reden wegen Mohammed. Und ich möchte etwas sagen. Mein Professor an der Uni war ein Angehöriger der Muslimbruderschaft. Ich habe ihn trotzdem unterstützt, weil er wirklich ein toller Mann ist, Mohammeds Vater. Noch etwas zur Radikalisierung, zur Rekrutierung und auch zur Zukunft der koptischen Minderheit. Die ägyptische Gesellschaft hat seit der ersten Revolution immer die gleichen Fragen zu lösen. Immer die Fragen des Nationalismus und seiner Ausdrucksformen sind für uns zentral. Es geht auch um die Haltung zu Minderheiten generell und zum Islam im Allgemeinen. Und genau deswegen, weil es so viele offene Fragen gibt, mögen die Leute die Muslimbruderschaft nicht. Ganz kurz zu meiner Arbeit. Ich arbeite als Student gerade an der Geschichte von Minderheiten. Und es gibt hier natürlich auch um die Zukunft der koptischen Minderheit. Und ich denke, im Moment ist diese Minderheit mit dem gleichen Schicksal bedroht, wie die jüdische Minderheit. Und hier gibt es systematische Verfolgung. Nach den Massakern der letzten Zeit kann sich die Minderheit nicht mehr schützen. Wir können unsere kulturelle und historische Dimension, unsere Vielfalt in Ägypten nicht mehr schützen. Ich weiß, ich bin auch Aktivist. Ich lebe im Exil und ich frage mich, wie können wir weiterleben in Ägypten. Wir brauchen Freiheit. Freiheit kommt an erster Stelle und ist die Vorbedingung für alles das, was Sie hier gesagt haben. Hat man ein freies Umfeld, dann ist man in der Lage, die Richte von Minderheiten zu schützen. Wenn es Rechtsstaatlichkeit gibt, anstatt Willkür des Gesetzes, kann man Minderheiten schützen. Dann kann man nicht nur eine Verfassung schreiben, die gut aussieht, man kann sie dann auch umsetzen, man hat die Mechanismen. Also wie gesagt, Freiheit ist zu allem die Vorbedingung. Und das ist der gemeinsame Nenner, den alle Menschen erwähnen werden, die je in einer freien Gesellschaft gelebt haben. Hannah Arendt hat die Revolution definiert. Sie hat geschrieben, man hat erst die Phase der Befreiung und dann der Freiheit. Die Befreiung kommt zuerst. Und das ist der erste Schritt Befreiung von diesem Regime, das uns an Weiterentwicklung hindert. Und ich denke, der Aufstand vom Januar hat diese Frage beantwortet. Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Ich weiß, man braucht eine Vision, man muss erst die Mauer abbauen, die einem hindert, voranzugehen. Jede Entwicklung, sozial, wirtschaftlich, kann nicht stattfinden, wenn da eine Mauer steht, die alles kontrolliert. Und der erste Schritt bei jeder Veränderung, bei jeder Entwicklung ist, diese Mauer niederzureißen. Das ist vielleicht keine zufriedenstellende Antwort, aber das ist die einzige, die ich habe. Jetzt habe ich ein doppelt schlechtes Gewissen, jetzt auch sozusagen die letzte Frage zu stellen, aber das fand ich jetzt durchaus sehr anregend, also von einer politikwissenschaftlichen Perspektive aus. Sie sind nicht aus Ägypten, nehme ich an. Nein, ich bin nicht aus Ägypten, man hört es mir vielleicht an, man zieht es mir vielleicht an, ich weiß nicht, ja aus Österreich. Aber die Frage aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive ist doch dann die, ja welche strukturellen Defizite hat das jetzt herrschende Regime und wenn sie die Revolution dann erfolgreich durchsetzen, was würden sie denn ändern? Ich meine das ist jetzt fies, jetzt am Ende eine solche ja sicherlich sehr aufwendig zu beantwortende Frage zu stellen, aber das scheint mir dann doch, also diesen Aspekt der Vision aufgreifend, dann doch nicht ganz unwesentlich zu sein. Also woran liegt es, dass Ägypten das ja durchaus auch gesegnet ist, was landwirtschaftliche Möglichkeiten und so weiter beträfe, warum ja Ägypten in dieser Situation ist, in der es ist? Das ist eine Frage, die eigentlich über der ganzen Diskussion steht. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt eine Antwort erwarten können oder ob die überhaupt möglich ist. Ja, also ich meine, ich sehe schon als ganz zentrale, sozusagen zentrale Strukture das Problem, dass es eben die Allmacht des Militärs gibt und das Militär wirklich ein ganz zentraler Akteur in der ägyptischen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, in allen Bereichen im Grunde genommen ist und hier sehr auf seine Interessen bedacht ist und das natürlich versuchen wird mit allen Mitteln sozusagen jeden Wandel zu unterbinden, der gegen die eigenen Interessen gehen könnte. Ich denke trotzdem und vielleicht bin ich da auch so ein bisschen bei Mohammed, der gesagt hat, wir müssen sehr smart sein in der Art und Weise, wie wir mit diesem Regime umgehen. Ich meine, es gibt auf der einen Seite die Forderung eben von unten, dass es eine neue Revolution geben muss, dass es so das, was du gesagt hast, dass man sich gegen diese Wand erheben muss. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass es in der Elite, in der ägyptischen Elite doch immer mehr Spannungen auch gibt. Das heißt nicht, dass morgen sozusagen das ganze System implodiert, aber wir sehen durchaus unter Sissi, dass es hier zunehmend Unzufriedenheit gibt, auch in Teilen der Elite, dass Sissi es nicht schafft, aus meiner Beobachtung heraus sozusagen tragfähige, auf einen längeren Zeitraum auch wirkende Netzwerke aufzubauen. Er wechselt sehr häufig Personen aus, dadurch entstehen natürlich auch Verletzungen einzelner Akteure in der Elite. Seite, also hier sehe ich durchaus auch Spielraum dafür, dass es Wandel geben könnte irgendwann in Zukunft und Mohammed hat völlig recht, wenn er sagt, dass wir auch vielleicht genau auf solche Akteure gucken sollten und auch solche Akteure vielleicht gezielt unterstützen sollten, die hier vielleicht auch von oben sozusagen Raum schaffen, damit es auch Veränderungen geben kann. Ich finde, das ist ein versöhnliches Schlusswort, obwohl ich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, schon den Eindruck habe, dass ganz viel angesprochen wurde, was mich sehr überrascht und glücklich macht, aber alle Fragen offen sind und das ist, glaube ich, das liegt an Ägypten und das liegt an der weltpolitischen Lage und es liegt auf keinen Fall an den wunderbaren Panel-Gästen. Vielen Dank. Vielen Dank.